Werth Kämpfer bezeichnet man ja im Allgemeinen gern als den König des Easy Listening. Für mich ist es aber eigentlich der König der Melodien. Und Melodien sind zeitlos. Es ging es für uns darum, diesen tollen Melodien ein zeitgemäßes Gewand zu geben. Und es natürlich auf die Stimme und auf die Präsenz von dem Sänger Marc Sicara zuzuschneiden. Die Platte wird alle Leute interessieren, die mit dem Herzen hören. Sprich, das ist altersunabhängig. Wenn man einen Sinn hat für schöne Melodien, einen Sinn für Tiefe in der Musik, ohne dass es die Leichtigkeit verliert, den wir diese Platte ansprechen. Was für mich das Beeindruckendste an der Produktion war, ist, dass jeder der Beteiligten, bis hin zu den Babisberger Filmorchestern, die ja schon so viel gemacht haben, aber auch die gesamte Big Band mit den Top-Spielern, zum Teil Grammy-Gewinnern, auch die Top-Arrangeure, auch Marc, alle zu jeder Zeit, und sie haben sich innerlich alle immer verneigt vor Bergkämpfers Musik. Und das merkt man, weil so einen Songschreiber gibt es wirklich vielleicht einmal im Jahrhundert. Und den hatten wir. Und es ist so toll, so eine schöne Musik auch in die jetzige Zeit transportieren zu dürfen. Und es war eine gute Musik auch in der 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 Musik. Vielen Dank.